Aber es kann nicht mehr lange dauern, da kommt auch das Lütter-Wahrt. Wie gesagt, in diesem Jahr lagestellt von Christiane Sallische und Günther Febermann. Die drei, die hier so eine tolle Musik fanden, das ist die Probe Donner und Storia. Die höchstesten von den Freien haben gestern Geburtstag. Können wir gleich mal einen Applaus nachdenklich für das Geburtstag sehen? Wie gesagt, für die Kanzel-Sendung wird jetzt das Lütter-Wahrt, die in uns nicht entlangt.